Nichts gesagt ist genug gelobt. So sagt man in Franken. Nur stimmt das nicht. Denn Lob tut gut, Komplimente sind wichtig. Sie stärken Beziehungen, gerade in Ehe und Partnerschaft. Warum ist das so? Wenn ich ein Kompliment bekomme, dann merke ich, dass mich mein Partner meine Partnerin schätzt. Ich fühle mich beachtet und geliebt. Es macht Freude und motiviert, das Beste zu geben. Und wenn ich ein Kompliment mache, dann beschäftige ich mich mit dem, was mir gefällt am anderen, was positiv und was schön ist in der Beziehung. Das hilft, das Schwierige, das Problematische zu relativieren. Komplimente funktionieren allerdings nur dann, wenn sie von Herzen kommen, wenn sie ehrlich sind, wenn sie wahr sind. Es geht darum, das zu benennen, was mir am anderen gefällt, was ich an ihm oder ihr liebe, was für mich das Besondere dieses Menschen an meiner Seite ist. Und zwar, je konkreter, desto besser. In diesem Sinne Komplimente aussprechen und annehmen. Sie sorgen für Highlights im Alltag und manchmal bewirken sie sogar kleine Wunder, gerade in selbstverständlich gewordenen Partnerschaften.